Hier ist Hammersmith Drill & Screw, der Akkuschrauber und Vorbohrer in einem. Hammersmith Drill & Screw wurde entwickelt, um einen völlig neuen Standard bei Akkuschraubern festzulegen. Extrem vielseitig, mühelos bedienbar, unfassbar leicht. Nur Hammersmith Drill & Screw verfügt über die vollkommen revolutionäre Repetiertechnik in Verbindung mit der einzigartigen Bittrommel. Das heißt, Sie haben immer die acht richtigen Bits im Schraubbohrer und können diese mit nur einem Handgriff kinderleicht wechseln und zum Einsatz bringen. Schluss mit mühsamer Bitsuche und fummeligem Bittwechsel. Und das Beste, dank der Bohr- und Markierbits, können Sie in einem einzigen Arbeitsgang markieren, bohren und schrauben. Wir vergleichen die Montage eines ganz gewöhnlichen gerahmten Bildes. Links benötigt man zunächst einen Markierstift. Rechts markiert der Bohrbit die gewünschte Bohrstelle. Links beginnt die Suche nach dem richtigen Bohrbit. Rechts wird dank des inkludierten Bohrbits bereits vorgebohrt. Links kommt endlich ein herkömmlicher Akkuschrauber zum Einsatz. Rechts ist die Arbeit erledigt. Hammersmith Drill & Screw macht den Unterschied. Extrem einfach, extrem schnell, unerreicht, vielseitig. Wie schafft Hammersmith Drill & Screw diesen großen Unterschied? Das Geheimnis liegt in der vollkommen neu entwickelten Repetiertechnik in Verbindung mit der revolutionären 8-Bit-Trommel. Ziehen Sie einfach den Schieber zurück und Sie können mit einer einfachen Drehbewegung den gewünschten Bit auswählen. So können Sie mit nur wenigen Handgriffen vollkommen beliebig zwischen Schraub-, Bohr- und Markierbits wechseln. Die 8-Bit-Trommel ist kinderleicht mit den von Ihnen gewünschten Bits befüllbar, einfach entnehmen und wieder einsetzbar. Mit den unterschiedlichen Schraubbits können Sie mit Hammersmith Drill & Screw ganz einfach zwischen Schlitz, Kreuz, Inbus und sogar Torx-Schrauben wechseln. Auch hier ohne jegliche Arbeitsunterbrechung. Eine Schraube nachziehen in 5 Sekunden, ohne nach dem richtigen Bit suchen zu müssen? Kein Problem mit Drill & Screw. Markieren, ein Loch vorbohren und einen Haken aufhängen in einer Minute. Mit Drill & Screw kein Problem. Eine ganze Wand mit wunderschönen Erinnerungen schmücken in nur 5 Minuten? Dank Drill & Screw kann das jetzt jeder.